Oh, schön, dass du da bist. Es gibt Neuigkeiten von Entschrouded und zwar haben sie eine Roadmap veröffentlicht und die sollen wir uns heute mal angucken. Da sind wirklich, wirklich viele spannende Sachen drauf. Ja, lass uns gleich mal da reingehen. Entschrouded hatte ja die Spieler gefragt, was sie sich alles wünschen. Da kam man oder kommt man immer noch über diesen Link hin. Den findet ihr auch auf Steam und hier kann man sich angucken, was alles die Spieler vorgeschlagen haben, was sie gerne hätten. Und man sieht auch, was bereits von diesen Vorschlägen geplant ist und das ist eine ganze Menge. All diese Vorschläge, die fließen natürlich auch ein in die Roadmap. Und ich finde, das ist ganz toll, dass Keen Games hier Wert darauf legt, zu wissen, was sich die Spieler wünschen und das auch versucht umzusetzen. Selten hast du so viel Transparenz, was die Weiterentwicklung eines Games angeht und selten werden die Spieler so sehr darin involviert. Also das ist schon eine klasse Sache. Und eben viele Sachen findet man jetzt dann auch auf der Roadmap. Also man sieht sofort natürlich auf den ersten Blick, dass hier eine wirklich große Menge steht. Und sie sagen, dass das die Roadmap nur für 2024 ist. Was ich schon respektvoll sagen muss, ist eine Menge, was sie dort haben. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Das ist ein bisschen schlecht zu lesen. Wir haben hier so ein paar technische Sachen. Steam Deck Support, Performance Improvement, höhere FPS im Gameplay. Das sind sicherlich Sachen, die erklären sich von selbst und es sicherlich auch etwas, wie jedes Game irgendwie daran arbeiten sollte. Bessere Performance, höhere FPS. Spannend ist ja schon mal hier das Erste. Hollow Halls Dungeons. Also das hört sich für mich so ein bisschen so an, als wenn das ein größeres Dungeon wäre, als das, was wir so bisher haben. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt darauf, was da kommen wird. Dann gibt es einige Dinge, die sich mit der Verbesserung einfach im Gameplay, Quality of Life Improvements, also Verbesserungen, die dort durchgeführt werden sollen. Zum Beispiel, dass man, ich verstehe das so, dass man Orte schneller finden kann. Vielleicht, dass man sie sortieren kann, ein- und ausblenden kann, was man sucht. Dass im Looten eine bessere Benutzeroberfläche gemacht wird oder Benutzerführung. Dass die Werkbänke der einzelnen NPCs hier direkt zugreifen können auf die Magic Chests. Das fände ich also wirklich klasse, weil das ist schon ein bisschen nervig, wenn man da jedes Mal die Sachen zusammensuchen muss. Genauso hier, dass man besser die einzelnen Dinge im Inventar aufteilen kann. Wäre eine super Geschichte. Aktuell ist es ja so, dass man immer nur halbieren kann den Stack. Kommen wir mal hier zu den NPCs. Also, was wird uns da alles erwarten? Dass wir einen NPC in einer Welt mehrmals platzieren können. Finde ich eine ganz tolle Idee, weil in der Regel ist es glaube ich so, dass viele von uns nicht nur einen Ort bauen, sondern eben auch mehrere Orte haben, wo sie ihre Base errichten. Was haben wir noch zu NPCs? Wir haben zu NPCs hier unten dann, dass es Stadtbevölkerung gibt oder auch Tiere. Also, ich verstehe hier Townsforkpets so, dass es einfach Haustiere gibt. Ja, vielleicht der Hund, der uns begleitet oder ähnliches. Dann kommen wir hier zu der Animal Farm. Also, dass wir Tiere halten können. Dann Patrouillen von feindlichen NPCs. Das sind alles Sachen, die finde ich persönlich richtig klasse, weil es doch schade ist, wenn man irgendwie eine schöne Base gebaut hat oder viele bauen ein Dorf oder eine Stadt und dann hat man da keine NPCs, die da in irgendeiner Form drin sind und wohnen oder sich bewegen oder ähnliches. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Quality of Life, würde ich sagen. Also, du kannst zwischen verschiedenen Gleitern hin und her wechseln per Shortcut. Du kannst dich auch, ganz, ganz wichtig in so einem Spiel, das ja sagt, man kann Roleplay machen, du kannst sich irgendwo hinsetzen. Also, hier sieht man an dem kleinen Bild schon, offensichtlich sitzt da jemand auf einem Stuhl. Hier das Thema, dass man mehr Bäume anbauen kann, also verschiedene Arten von Bäumen. Zum Beispiel die Palmen für das Palmenholz und die Juckerfrüchte vielleicht. Und was das Bauen angeht, hier runde Türen und Fenster für unsere Kathedrale, das schöne runde Fenster. Oder für das Hobbithaus, die schönen runden Türen und Fenster. Neue Pflanztöpfe. Viele von uns, auch ich, haben mir wirklich überlegt, wie kann man eigentlich Blumen in Töpfe pflanzen. Ja, ich denke, das werden sie uns hier mitgeben. Insgesamt neues Baumaterial, da freue ich mich schon sehr drauf. Wobei, ganz ehrlich, die Auswahl an Baumaterial, die wir aktuell haben, ist schon richtig klasse verglichen mit anderen Games. Aber da wird offensichtlich noch mehr kommen. Ganz wichtig auch zum Thema Quests, dass man Quests wieder spielen kann. Das macht für mich großen Sinn, weil dadurch wird natürlich irgendwann, wenn du alle Quests durch hast, ja, bleibt dir fast nichts anderes übrig, als nochmal zu bauen. Und wenn du dann aber Quests wiederholen kannst, finde ich das eine tolle Sache. Auch, dass man Quests besser sortieren kann. Ich selber habe das Problem, ich finde so ein, zwei Informationen nicht zu den einzelnen Geschichten. Und wenn ich Quests nochmal sortieren könnte oder nochmal spielen kann, dann habe ich die Chance, diese Informationen einfacher nochmal wiederzufinden. Settings für die Verwaltung von Servern kommen hinzu. Das hatten wir alles schon. Hier haben wir noch das Vanity-System. Also das heißt, dass man irgendwie seine Rüstung verändern kann, denke ich. Oder dass man vielleicht NPCs, was anderes anziehen kann. Es sollen Möglichkeiten geben, dass wir die Kisten benennen. Musikinstrumente habe ich persönlich jetzt nicht vermisst, aber okay. Da bin ich schon gespannt, ob dann irgendwie so ein Gaukler auftritt und dann dort spielt Musik oder ähnliches. Das Wettersystem, also ich selber, ich liebe es, wenn die Sonne scheint in meinen Games. Ich brauche keinen Sturm oder Regen oder ähnliches. Aber offensichtlich ist das etwas, was sich sehr viele Leute gewünscht haben. Und das wird also auch implementiert werden. Und natürlich da, wo wir alle schon drauf warten, dass wir endlich in die Berge kommen, in die schneebedeckten Berge. Das sollten natürlich kommen Portale zu anderen Servern, dass wir unserer Base einen Namen geben können. Oder auch, dass wir Orte auf der Map, die konnte man ja bisher nur durch so Bilder kennzeichnen, dass man da auch etwas ranschreiben kann, wie zum Beispiel Eisen oder ähnliches. Multiplayer, dass man, wenn man im Multiplayer spielt, seinen Freunden ein Ping senden kann, wo man sich befindet. Okay, wenn du gestorben bist. So, wenn du gestorben bist, dann steht mittlerweile dann eben, was eben auch im Multiplayer wichtig ist, wer dort gestorben ist an der Stelle. Und ganz toll, neue Bosse, neue Feinde werden auf uns zukommen. Und das heißt, was also in den nächsten Monaten, Wochen vielleicht, auf uns zukommt. Neue Dungeons, neue Bosse, das neue Mountain-Biom und viele, viele andere Sachen. Das ist schon richtig klasse, wie es sie hier aufgeführt haben. Aber es geht noch weiter. Und hier sagen sie, diese sechs Punkte sollen auch noch dieses Jahr kommen, aber später im Jahr. Also wenn das hier später im Jahr kommt, ja, mehr Dungeons, mehr Biome, Wasser, auch eine feine Sache, dann heißt das ja, dass die Dinge, die hier oben stehen, offensichtlich relativ bald auf uns zukommen werden. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und das erste Update wird schon jetzt im März auf uns zukommen. Da bin ich wirklich gespannt, was in diesem nächsten Update schon alles dabei sein wird. Ich werde natürlich das Ganze weiterhin hier auf meinem Kanal euch zeigen, mit euch teilen, weiterhin Guides machen und wenn euch das interessiert, dann lasst doch ein Abo da. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao.